Zum ersten Thema direkt hier bei Update, bevor ich wieder die Sendung auf Übelstes überziehe. Und zwar nämlich geht es direkt um den ersten Impfstoff, über den wir reden werden oder über den Impfstoff, denn BioNTech und Filzer nämlich, bekannte Pharmaunternehmen, vor allem eins kommt aus Deutschland, die haben nämlich heute bekannt gegeben, wie es nämlich bei ihrem Impfstoff aussieht. Und da gibt es gute Nachrichten, kann man sagen, denn der entwickelte Corona-Impfstoff, so heißt es nach ihren eigenen Angaben nämlich, bietet nach eigenen Angaben mehr als 90% Schutz gegen Covid-19. Beide Unternehmen haben da auch gemeinsam auf Zwischenergebnisse aus einer Zulassung in der entscheidenden Studienphase natürlich mitgeteilt. Schwere Nebenwirkungen, die ja dieser Impfstoff anscheinend haben könnte, seien bisher nicht registriert worden, heißt es. Die beiden Pharma-Riesen wollen nun entsprechend nächste Woche bei der amerikanischen Arzneibehörde FDA nun eine Zulassung beantragen. Und nach dieser Bekanntgabe ging es auch an den Börsen ordentlich nach oben. Die Pfizer-Papiere sind nämlich direkt nach der Bekanntgabe um 9% gestiegen. Die Papiere von BioNTech sind um rund 16% nach oben gegangen. Zumindest eine gute Nachricht dort. Der Impfstoff mit dem gewöhnlichen Namen BNT162B2 war von BioNTech ja seit Mitte Januar entwickelt worden, trägt den Namen Lightspeed, auf Deutsch Lichtgeschwindigkeit, und die für eine Zulassung entscheidende Phase 3-Studie, die ja jetzt seit Ende Juni läuft, läuft seit Ende Juni, so wollte ich das nämlich sagen, seit Ende Juli auch erst. Und inzwischen haben sich auch mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen nun spritzen lassen, als Testkandidaten selbstverständlich. Das im Abstand von drei Wochen. Ein Impfschutz wird nach Angaben der Hersteller eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht. In der Studie wurden aber auch bislang, demnach bis gestern, also bis zum gestrigen Sonntag, den 8. November, insgesamt 94 Fälle der Krankheit bestätigt. Die Ergebnisse werden auch nach Angaben zufolge erst auch dann zum Schluss auch ausgewertet, wenn man insgesamt 164 Fälle erreicht hat. Fragt mich bloß nicht, warum so eine Zahl. Wir sind zumindest froh, dass es nicht höher ist. Es wird außerdem auch noch geprüft, in welchem Ausmaß die Impfung nicht nur vor Covid-19, also SARS-CoV-2, dem Coronavirus schützt, sondern auch vor den schweren Verläufen dieser Krankheit. Denn wir wissen ja auch, wenn man Corona einmal hatte, glimpflich davongekommen ist oder zumindest halt leider ins Krankenhaus musste, wird man ja schwere Schäden hinterlassen, sei es an der Lunge oder sonst wo am Körper. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass diese Impfung zumindest dafür sorgt, dass man davon auch dann, sagen wir mal, verschont bleibt. Insgesamt sollen sowohl die Schutzwirkungen, aber als auch die möglichen Nebenwirkungen über einen Zeitraum von zwei Jahren nun beobachtet werden. Heißt natürlich dann nicht direkt, oh, in zwei Jahren haben wir das erst, dann müssen wir in zwei Jahren ja erst mit einem Impfstoff rechnen und dann können wir erst wieder ein normales Leben führen. So natürlich nicht. Aber für den Corona-Impfstoff ist ja eine Ausnahme gemacht worden, denn deswegen gilt auch wegen der besonderen Dringlichkeit ja auch ein beschleunigter Zulassungsprozess. Und bei der europäischen Arzneimittelbehörde, die sich INA nennt, können ja auch Arzneimittelhersteller schon vor diesem kompletten Zulassungsantrag auch einzelne Teile zur Qualität, zur Unbedenklichkeit und zur Wirksamkeit des Präparats ja auch schon einreichen. Also nicht direkt erst nach ein paar Jahren, sondern jetzt im Falle von Corona, dass es ein Corona-Impfstoff wird, ziemlich schnell. Das sogenannte Rolling Review-Verfahren, so wie es sich nämlich nennt, hat ja Biontech auch, hat wie Biontech auch ein anderes Unternehmen, sondern nicht das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca, schon vor einiger Zeit nämlich gemacht, denn die haben auch einen Impfstoffkandidaten präsentiert. Bisher hat man da selbst noch keine Phase 3 Daten veröffentlicht und eine Sprecherin sagt auch am Montag, nämlich, dass es da noch gar keinen genaueren Zeitplan dafür gäbe. Also da dauert das noch etwas. Dass beim Biontech das sogenannte Präparat, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, weswegen ich es auch ein bisschen ablese oder eigentlich auch generell durchgehend. Das ist ein ziemlich kompliziertes Thema, aber zumindest ihr solltet es ja auch wissen. Das von Biontech das entsprechende Präparat ist ein sogenanntes RNA-Impfstoff und es enthält auch die genetische Information des Erregers, aus denen der Körper ein Virus-Eiweiß herstellt. In diesem Fall halt das Oberflächenprotein, mit dessen Hilfe auch dann das Virus in Zellen eindringt. Ziel der Impfung soll dann sein, den Körper zur Bildung von Antikörpern dieses Proteins anzuregen, um damit dann auch die Viren abzufangen, bevor sie dann in diese Zellen eindringen, sich vermehren und natürlich klar den Körper zerstören. Und Biontech und Pfizer rechnen ja auch damit, dass man noch in diesem Jahr mit der Herstellung beginnen kann und dass man zumindest bis Jahresende 50 Millionen Impfdosen bereitstellen kann. Im kommenden Jahr soll es deutlich mehr sein, nämlich bis zu 1,3 Milliarden Impfdosen heißt es. Andere Länder haben ja auch schon einen Impfstoff präsentiert. China, sogar Russland, aber auch, das ist ziemlich neu und interessant, Bahrain ebenfalls. Ja, die haben auch Impfstoffe, aber mit Einschränkungen eher freigegeben und auch schon zum Teil für die Bevölkerung zugelassen. Dort weiß man nicht, wie die Nebenwirkungen sind und ob das wirklich auch etwas bringt. Russland ja vor allem groß präsentiert, wir haben einen Corona-Impfstoff und bisher gab es ja da auch noch keine Meldungen darüber, wie nämlich dort die jeweiligen Probandinnen und Probanden oder die, die geimpft wurden, reagiert haben. Wie man ja auch schon mitgekriegt hat, wurde ja auch die Tochter von Russlands Präsident Wladimir Putin geimpft. Dazu gab es bisher keine Informationen, weder vom russischen Staatsfernsehen noch sonst wo, die ich mitgekriegt habe. Wenn ihr es entsprechend mitgekriegt haben solltet, was da so in Russland, China oder Bahrain abgeht, dann gerne mehr dazu, wenn ihr dazu was habt. Aber dann bitte auch wirklich mit richtigen Quellen und so weiter gerne. In China natürlich klar, wo ja alles sein Ursprung ja genommen hatte, vor allem in Wuhan. Da wird man auch wahrscheinlich eher wenig hören. So aber auch, dass man Bahrain liest, vor allem ich. Das ist ziemlich spektakulär und auch interessant. Dennoch werden wir gespannt sein, wann es soweit ist. Die Diskussion darüber geht ja jetzt auch schon los, wer nämlich jetzt als erstes den Impfstoff bekommen sollte. Da kann man eigentlich nur denken, dass geradewegs erstmal das wichtigste Personal und da gehören nicht unbedingt die Politiker dazu, vor allem nämlich unser Pflegepersonal. Und auch unsere Lehrkräfte vor allem sollen als erstes die bekommen. Vor allem nämlich das Pflege- und Ärztepersonal, bitte. Wenn man gescheit im Kopf ist, um das auch irgendwie hinzubekommen, wenn man sagen will, wer soll als erstes geimpft werden. Ich meines Teils würde sogar sagen, lass mich als Letzten. Für das sei es sogar freiwillig. Das ist schon mal, wenn du mir hier so bist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.